Gernot Willrich ist Eisenbahn-Fan, und zwar einer, der sich einen Traum erfüllt hat. Für einen Fienenburger Verein führt er historische Loks. Heute sitzt er im Führerraum einer Diesellok V100, Baujahr 1961, die Reisende einer Nostalgiefahrt nach Eisenach befördert. In Bebra steigen wir zu. Wir passieren den 1848 gebauten Höhnebachtunnel. Willrich erklärt die Aufgaben des Lokführers. Dazu kommt die Beobachtung der Strecke, der Signale, die Beobachtung der Maschine, was alles dazugehört, Motorleistung, Kühlwasserstand und dergleichen. Dazu gehört es, die Geschwindigkeit einzuhalten. Wir haben also hier eine fahrplanmäßige Geschwindigkeit von 100 kmh, die auch nicht unterschritten werden sollte, weil der Fahrplan darauf abgestimmt ist, dass die Züge auch die eingehaltene Geschwindigkeit fahren. Nach nur 35 Minuten erreichen wir Eisenach, wo auf die Mitreisenden ein buntes Volksfest wartet, der Sommergewinn. Wenn sich die Züge auch die Züge befördert, dann langsamerige Geschwindigkeit in meinem Gericht zu verabschieden kann ihnen das nicht unterschätzt werden können. Wir müssen uns erst 1, OG-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh-Joh. Untertitelung des ZDF, 2020